ja hallöchen willkommen zu unserem let's play minecraft together wir sind die member des nexus clans und wir haben uns zusammengeschlossen um ein minecraft let's play together zu machen denn wir haben einen eigenen minecraft server und da kann man die idee ja dann stellt euch mal vor in der reihenfolge alphabetisch am besten okay so dann ist man okay nero mein name ist nero wir sind bloß Richie hi mein name ist Richie der Lambus genau ich bin der Lambus genau wird irgendwer Fleisch sammeln oder so ich geh Holz sammeln mit viel dann lass mal das Fleisch sammeln Holz sammeln ich brauche erstmal ein Schwert das ist wichtig ein Holzschwert das reicht mir du brauchst erst eine Arzt zum Holz hacken ne ich brauche eine Hand zum Holz hacken naja gleich zu Anfang ein bisschen was über uns wir sind alle zusammen wir sind alle zusammen im nexus clan Prozent geschlossenen Gruppe kann man sagen von ich glaube jetzt ist 31 Leuten wir haben zwei Lieder und wir haben einen eigenen Clans Server auf dem wir hier das Netzplay starten natürlich werden wir nicht immer allein auf dem Server hier spielen aber wir spielen so isoliert dass eben keiner uns stört und wir keinen stören ja genau und in der Außerung wird das sind die ich keine andere Reinkunft also sehr wer braucht jetzt schon mal äh wir sind das ist der Mensch was soll ich habe jetzt schon eigentlich immer einfach hier hin ja gut da mache ich mit mir jetzt was die Sünder Ler 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 aber es ist ja hier schon mal so haben sie es wird dunkel Leute es ist schon mal scheiße ich bin hinter dir ich bin hier auf dem Feld mal zu einem bisschen ja okay da ist ein Lampus ich sammle erstmal ein bisschen Wunder okay wer ist für auf 12 mal sammeln 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 ich hab' ich bis jetzt warte mal ich hab' die Workbench steht bei den roten Blumen roten Blumen oh du drittiges Schaf ähm wer ist für das Mining und für das Farming zuständig das machen wir später okay also ich bin äh ich würd sagen wir machen auch nicht diese riesen Tunnelsysteme die man sonst baut das ist einfach so langweilig ist wir bauen einfach nur ein ein eine große WG genau genau wo ist die Workbench ich steh jetzt schon bei rosen äh roten Blumen ähm wo seid ihr? ich steh hier bei dem Bullen Blumen also ich geh scharf also ich geh scharf also wieviel Wolle habt ihr? ja ich hab' ich hab' schon warte mal sechs oh das ist eine Spinne das erste Mal danke oh fuck der sind super 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 schnell mal eine Workbench nochmal zimmern ich bin ich bin ich bin es gibt so das sind 9 das sind so 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 ich bin ein bisschen schön ja ich hab' die eine also ich brauche hier jetzt aus dem Bunker hin dann kann so ich glaube wir brauchen zu Futter und schnell ein kleiner Bunker wäre erstmal nicht schlecht warte mal wieviel Faden habt ihr? wenns wir Angelbau und dann können wir Angeln gehen haben wir haben wir Dings wer ist? ne noch nicht weil wir noch keine Kohle haben ja äh äh wer ist ich hab' heute warte warte ich brauch' das neue Stein ab ich brauch' ein bisschen Stein ab du baust den Ofen ich pack' das Holz rein also ich hab' jetzt schon 13, 14, 15 kurde Sto ich bau' auch mal Hals äh Stein ab ja ich wohn' jetzt hier die Bunker zu wir kommen dann erstmal die Betten rein würde ich sagen für die ersten paar Nächte ja also ich hab' genug weil du mir eure Wolle gibt dann kriegen wir locker wie viele sind wir jetzt? 5 5 5 Betten kriegen wir locker 5 5 5 Betten kriegen wir locker ja ich hab' es gerade abgebaut das ist 4 ja ich weiß hab' gerade drei vier auf dem Aufgebot ja wo aua 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 ich hab' eine Stein Axt so äh kann mir mal wer irgendwie Holzbezacke geben oder sowas ja komm mir ja hier ja hier ja hier ja hier hm jetzt hab' ich die nicht bekommen Warnung der Andurie Andurie Nens hier Irgendwie ist man nicht weg was wir sind Oh der Server ist toll Leute wo seid ihr euch nicht Wir sind in einem Erdenkröcke und dort brauchen wir uns erst mal ein bisschen was ab hier Ja der hat außen eine Fackel dran ich hab da außen eine Fackel dran ich weiß Oh Wer zerfohlen Oh ich hab nichts zu essen Ich auch nicht Ja ich und ich Leute ich hab nur eine Frage Ja Wie lange geht die Aufnahme jetzt? Wir haben gerade das anders an Nein ja nur noch 10 Minuten weil da muss ich irgendwie weg Ne oder? Doch Das sind so was gut aus Ja Ich wurde mir jetzt gerade mitgeteilt von meiner Mutter Ja ok Dann ist das ja was anderes Dann müssen wir dann wahrscheinlich erstmal ohne Ritchie weiterspielen Ja Ganz tragisch aber wir werden drüber hinweg kommen Ich würde sagen wir sollten hier halt nicht alles ausfüllen oder? Ja Ich baue jetzt mir mal kurz einen kleinen Garten Oh Mann du wie was baust du denn hier einfach alles weg man das geht voller Trollen 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 Andori ich baue ich bisschen Holz wieder glaube ich Ey das ist mein Raum Stein Schwert Guck mir mal was zu irgendwo Guck mir mal was zu irgendwo Ich baue selber ein bisschen ab So Damit brauchen wir uns nicht alle Ich geh mal auf Monster Jagd und ich hol uns allen Fütter So Ich geh mal auf Monster Jagd und ich hol uns allen Fütter So Haben wir hier nirgends zu chicken oder so man? Ähm Kann ich Kann ich Kann ich Bitte eine Ein Kohlestück haben Oder besser gesagt Besser gesagt Eine Fackel Ich brauche nur eine Fackel Du hern den Service dran Hast du da drin? Leute ich bin gleich tot Okay Danke Ich kann mir ne Angel bauen Ich brauche mir zu ne Angel Ich brauche die ne Angel Oh shit Das ist was wir brauchen Dienstkühl Dienstkühl werden nur überleben Das ist 1 Eine Hand Ich brauche nur ein bisschen spanne Crafty Ich schuhe Hey Weiterfische Kupfen und wieder Ich brauche das gebrochen ich habe die gleich gebrochen kann man die rohfisch essen das ist nicht er ist ich nehme mal ein kohle stück ok zu nicht alles raus also da sind jetzt sechs bis jetzt gewesen mehr und war nicht mehr die spawnräume die süßens braucht das in der anderen drei drei oder zwei bei das ist nicht so die späne nicht zwei das ist das problem der fisch lasst ihn mal drinnen ich hole uns ein paar peter willst du aufnehmen hier rumliegt am boden der zweite fischen ist cool ist das war auch ganz liebste war schon wieder ein fisch hier sind ganz schön viele fische wenn wir hier schon mal aufnehmen sind können wir ja gleich mal werbung wurden so klar machen wenn ihr interesse bekommen habt ihr euch das wird teilweise ich das würde mir noch im laufe des wettbewerbs zeigen kann man direkt sagen wenn ich mich nicht wir suchen immer mehr wir sind ein 30 leute wir wachsen halt auch wir sehen könnte man klar zur beziehungsweise zu spät gerade und wir würden uns über viele Leute viele neue Leute freuen und es wird so langsame um unter diesem video werde ich natürlich unseren link zu unserer facebook-seite schreiben und da werdet ihr alle infos finden über uns Prozent und die Fischofs durchgeführt haben Prozent Prozent Egal es reicht nicht bei den ersten Medien in den Ofen rein das ist meins zu machen ich brauche jetzt ein Bettchen hat jemand drei Wolle für mich ja dabei brauch ich selber noch ich würde sagen wir brauchen uns erst mal eine schöne Etage und sonst und durch den Ofen wollen die Stichze ist ein der Schöne schön wenn man die Schwestern schüttlich lange Leute und so könnte wenn wir bald wieder rechnen immer ein Schuss ist ein Schweres einfach nicht mehr dann muss zurückliegen 5 mit einem gesperrten Stahlenskurs als eine Kiste die Liedermarkt bei Spruch dem Fisch selber jetzt nicht nach meiner um das ist ein bisschen die kann uns allen ich würde sagen unbedingt dass bei jeder was zuerst und sterben wir gleich er hat mir nur ja das ist das ist ein gewisser erst mal drinnen ich bin mir auch erst mal er ist sagen so werden es so wieder ab und sie suchen uns einen besseren Ort zu bauen weil sie halt ganz vornstecken weil wir nicht alle umgefallen sind ich bin dafür dass wir das erste Mal sehen der Unterricht ist mal anzunftigen ja auch da ist braun wir können zu glauben in Verbrochener konnte ich finde das Gebiet hier ist doch nicht so schlecht dann sehe ich das kann man so schön bauen ja ich finde die Säge und das am Sporn wenn jemand stirbt aber es ist am blauen Wasser ich meine meine ist irgendwie weg steht da irgendwie auf kam und er hat es reagiert um was kann bloß sein das ist das zu das aber das kann öfters passieren dass irgendwer mal weg ist Internet und so zu gern das Spiel wenn man alleine spielen würde ein Thema und so aber ja man hört sie ja man hört nichts an die Sieg nichts anderes als Schafe ich hab das zu spiel mitbekommen ja was gefangen ich hab ne Höhle gefunden jetzt was größere da können wir nachher mal rein oder das ist das ist gut es gibt was was erst mal bauen wir uns hier was schönes rein also ich würde sagen wir wollen uns hier erstmal alles aus bevor wir anfangen was größeres zu bauen ich gehe mal jorden kannst du gerne machen ist das ich habe ein schwein gefunden ja ich auch und da ja aber ich bitte euch bitte bringt das essen zurück hier weil ich brauche unbedingt gleich was zu essen ja 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 Pum, Pum, macht schon. Ich hab jetzt schon... Ja, ist noch ein...